Liebe Daniel, liebe Helma, was soll ich sagen? Instant Change ist eine Bombe. Ich arbeite nun seit über 20 Jahren an mir, habe sehr vieles ausprobiert und auch vieles erreicht, doch ein Knopf blieb. Geld wollte einfach nicht bei mir bleiben. Im letzten Herbst habe ich mich entschlossen, nichts mehr zu machen und es einfach mal laufen zu lassen. Und dann kam die Weihnachtsbotschaft von Helma, wo sie mir von Instant Change erzählte. Ich habe mir das Webinar angeschaut, ein erstes Mal, ein zweites Mal, einige Testimonials und dann habe ich mich entschlossen, mir die drei Anwendungen als Weihnachtsgeschenk zu machen. Es sind nun zwei Tage her seit der letzten Behandlung und ich muss sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt. Man spürt relativ schnell eine Erleichterung, der Druck war weg, ich bin viel, viel aktiver und irgendwie scheinen die Probleme weg zu sein. Kürzlich wurde mein Hund operiert und sie konnte nicht mehr auf ihren Stuhl springen. Helma hat sie mit einbezogen und siehe da, während der Session sprang sie von alleine auf ihren Lieblingsstuhl. Und Tiere, sagt man, sind ja noch viel sensibler und empfänglicher als wir Menschen. Also, da geht sehr, sehr, sehr viel ab und ich bin so glücklich, dass ich mir das gegönnt habe, dass du mir das gezeigt hast, Helma und vor allem für deine professionelle und herzliche Unterstützung. Dir, Daniel, ein herzliches Dankeschön, dass du Instant Change erfunden, entdeckt hast und es uns Menschen nun weitergibst. Ich denke, jeder da draussen kann Instant Change gebrauchen. Und ich freue mich jeden Tag auf die kleinen und grossen Wunder, die jetzt passieren. Tschüss und bis bald!